Verbale Gewalt, also Beleidigungen, Demütigungen, Beschimpfungen bis hin zu körperlicher und sexueller Gewalt. Viele Frauen glauben, sie sind schuld an der Gewalt ihres Partners. Und da müssen sie rauskommen. Wir arbeiten gemeinsam mit der Frau Möglichkeiten aus und sie selbst kann entscheiden, ob eine davon für sie in Frage kommt. Sie kann öfter anrufen, zehnmal oder auch noch öfter. Es ist immer eine Überwindung, die eigene Geschichte zu erzählen. Das ist immer ein sehr mutiger und wichtiger Schritt. Vielen Dank.